Der Duellring ruft. Das Turnier in der Gang. Wollt ihr euer Können erproben? Das Turnier steht allen Kämpfern offen. Ihr veranstaltet Duelle während einer Invasion? Gerade in Kriegszeiten tut ein bisschen Unterhaltung gut. Außerdem benutzen wir Holzschwerter, damit niemand verletzt wird. Ich kämpfe nur, wenn es einem Zweck dient. Ihr wollt einen Zweck? Es winken üppige Belohnungen, sofern ihr gewinnt. Wenn ihr interessiert sein solltet, die Herausforderer warten am Ring. Ein bisschen Übung kann eigentlich nie schaden. Zu Ehren eures schönen Katanas nennen wir euch Bokuto. Ein kleiner Rat. Nian, ich grüße dich. Und danke nochmal für deinen Follow. Vielen lieben Dank. Fordert jemanden heraus. Lasst das Publikum nicht warten. Ein Schwert aus Stahl. Es muss euch an Technik mangeln. Dieses Katana ist für den Krieg. Für euch. Nehme ich eines Osholz. Ich fehlte einst einen Mann mit einem Holzschwert. Da war ich erst 13. Und ihr geht immer noch damit an? Seitdem habe ich viele besiegt. Dann lasst Vergangenes ruhen und zeigt mir, was ihr heute könnt. Der Bokuto fordert Kai heraus. Ich werde euch ausweiden. Dafür gibt es sicher eine Trophäe, oder? Wenn man die alle platt macht. Als erster im Ring Bokuto und sein Gegner, der Plünderer Kai. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst fünf Kontakte erzielt, gewinnt. Los! Geht zurück. Punkt für Bokuto. Weiter. Reit. Zurück. Punkt für Bokuto. Punkt für Bokuto. Weitermachen. Hey, 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 Bibi, wie geht's dir? Ich grüße dich. Und nochmal, Dankeschön, Andreas, von ganzem Herzen. Vielen lieben Dank euch allen heute. Wirklich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ey, Bibi, die Spiele sind gut, aber das sind MMOs. Das sind so Online-Games. Das sind Riesenspiele, die du dir geholt hast. Warten mal ein, mach ich noch einen, so ein Kampf. Das habe ich mit Felsi auch mal eine Zeit lang gestreamt. Das sind auf jeden Fall gute Spiele. Es ist Teil meiner Reise. Plünderer überfielen mein Kloster. Hey, hey, Ruzki, was glaubt du? Ich grüße dich. Ja, doch so herfuhr ich Erleuchtung. Kämpft gegen mich. Guck mal, das ist das hier, ne? Kann man einfach Warzone 2 eingeben, oder? Also eigentlich ist es das hier direkt. Mit diesem roten Cover hier. Du musst nur Warzone eingeben. Annamalie Warzone Earth. Hey, was ist das denn? Leute, es gibt auch ein Gratis-Skin für die, die sowieso PS Plus haben, ne? Ich hoffe, es hat gemundet, liebe Marie. Einfach, da gibt es Warzone ein. Was war das denn? Ich weiß gar nicht, wie findet man denn dieses, das kostenlose Produkt? Hier, siehst du, du musst nur, äh, ne, das ist ja Cross-Gen. Ne, das ist ja MW3, deswegen. Hier, kostenlos, das hier. Guck mal, du gehst da drauf. Wenn du jetzt am Rechner bist, ne? Warte, ich geh mal zurück. Bist du noch da, Sabrina? Ja. 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 Nee, sie will allgemein Warzone spielen. Also, es geht um Warzone gerade, bro. Das ist voll versteckt, man, die Scheiße. Ich kann's verstehen, wenn man, äh, das noch nicht kennt. Sabrina, gib mal, äh, gib mal. Hast du es gefunden? Ja. Ey, Ruski, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, bro. Ja, hab's, okay. Damit ich sie erneut erfahre. Der Bokuto fordert O-One heraus. Ist mir eine Ehre. Die Zeit ist gekommen. Als erster im Ring, Bokuto. Und sein Gegner, der verbannte Mönch O-One. Treten und schlagen ist erlaubt. Wer zuerst fünf Kontakte erzielt, gewinnt. Los. Oh, hab ich erwischt. Ja, super. Alter, der ist richtig schnell, man. Wieso wisch ich den nicht mal? Will der mich verarschen? Ja, das war's. Ja, super. Ja, super. Es wird wieder aufgebaut. Ja! Geht zurück! Punkt für Borkutu! Fert fort! Fert fort! Auseinander! Punkt für Borkutu! Weiter! Fertig! Ja, geht zurück. Punkt für Bokuto. Fährt fort. Punkt für Bokuto. Punkt für Bokuto. Punkt für Bokuto. Ich danke euch für die Reise. Warte, die nächste muss ich auch noch verhauen, Alter. Wie viel... Sabrina, wie viele Duelle gibt es hier eigentlich? Warte mal, einen habe ich hier noch. Das muss nicht wehtun. Das muss nicht wehtun. Mal gucken, wie die kämpft. Lasst mich gewinnen, Ronin. Ich habe neun Kinder. Einen kranken Mann. Ich brauche den Gewinn. Warte. Genau, 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 genau. Ey, schick das mal in die Gruppe und frag mal die anderen, ob sie auch beides geladen haben. Ob sie beides laden mussten. Oder was ist das? Warte mal, ich mache das mal selbst. Red, ich schick mal was in die Gruppe. Bist du noch da? Oder da da? Ja. Weil ich habe die Vollversion gekauft, weißt du? Oh, 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 Leonie, wie geht's dir? Ich grüße dich. Ola, ola. Ich habe nämlich die Vollversion gekauft. Guck mal, was ich bei Telegram gepostet habe. Ihr seid keine gelernte Kämpferin. Ölhändlerin. Ich wuchs auf der Straße auf. Kämpfte gegen Räuber. Bitte. Lasst mich gewinnen. Tut es für meine acht Kinder. Waren es nicht neun Kinder? Erwischt. Ich muss euch wohl auf die altmodische Art schlagen. Der Bokuto fordert Take heraus. Ich hätte sie sowieso fertig gemacht. Ist irre, irre. Ihre Story hat mich nur gerührt. Oder sie macht mich fertig. Ja, aber muss sie das beides lassen, oder wie ist das? Boah, Alter. Das ist voll die Verarsche, mein Geschwister. Die anderen habe ich so schnell besiegt, die ist wirklich heftig. Ja, man. Ja, man. Die hat gar nicht mehr auf. Alter, die war mies, man. Ey, kann ich kriegen die nochmal kämpfen? Oder gibt es nur eine Chance? Für die fertig machen. Wollt ihr eine Revanche? Los! Ey, egal wie ich ausweiche. Ey, ich will die Haltung ändern, man. Ey, die macht mich voll fertig, man. Ey, willst du mich verarschen? Ich kann es gar nicht besiegen, Mom, die Olle. Hüffige Konter. Ich krieg dich. Schüsse, ich krieg dich. Wollt ihr eine Revanche? Los! Stopp! Geh zurück! Und für Taki! Weitermachen! Geh zurück! Punkt für Bokuto! Weiter! Auseinander! Punkt für Bokuto! Fahrt fort! Halt! Zurück! Punkt für Bokuto! Weiter! Halt! Auseinander! Punkt für Bokuto! Fahrt fort! Wie bleibt doch gar nicht mehr an! Und der Sieger, Rokuto. Ihr habt betrogen. Niemand ist so gut. Ihr kämpft voller Leidenschaft, Rokuto. Ihr habt Zeit, dass ihr einmal unterliegt. Hier ist du, Leonie. Wie war dein Tag? Ihr seht genau wie er aus. Ich wecke Erinnerungen. An meinen Sohn. Er würde wie ihr aussehen, wenn er noch leben würde. Tut mir leid. Ich habe selbst Familienmitglieder verloren. Wie so viele auf Iki. Was machst du denn? Wo geht's morgen hin? Warte mal, irgendwas war doch da. Mal wieder nach München. Du bist auch nur unterwegs. Was machst du doch schönes. Als erster im Ring, Rokuto. Und sein Gegner, der blutrote Fischer Sau. Der blutrote Fischer Sau. Wer zuerst fünf Kontakte erzielt, gewinnt. Los. Alter, die Drexler. Ah, cool. Was für ein Pfeiker-Drexler, Alter. Alter, was bist du denn für ein Pfeiker-Drex-Mardel? Was? Ich war nur einmal in Hamburg, da war ich auf dem Ascher-Konzert. 100 Jahre her, Alter. Der ist voll unfair, die Ratte, Mann. War zu gierig. So viel Spinn, Mann. Ey, wieso darf der damit? Boah, das ist echt Ewigkeiten her, wo Ascher-Konzerte, wie alt war ich da? Ich glaube, 18 oder so? Martin noch, aus der Gruppe hier, mit dem Film. Das ist Ewigkeiten, aber ich weiß noch damals. Dönerladen an Dönerladen. Das war ich damals gar nicht gewöhnt gewesen bei uns hier im Braunschweig. Dann hole ich mir noch mal. Wieder ein Arbeitslück. Danke für den Lück, Genie. Los! So! Steht zurück! Punkt für Sao! Fahrt fort! Halt! Auseinander! Punkt für Bokuto! Weitermachen! Halt! Zurück! Punkt für Sao! Punkt für Bokuto! Ey, ich drücke doch L1, Alter. 3 hat er schon. Weiter! Halt! Zurück! Punkt für Sao! Dass der überhaupt so unverkämpfen darf, mal mit dem Scheiß-Sand, Alter. Voll ehrenlose, Mann. Super! Geht zurück! Punkt für Bokuto! Punkt für Bokuto! Weitermachen! Weit! Zurück! Punkt für Bokuto! Weiter! Ja! Geht zurück! Punkt für Bokuto! Fährt fort! Nein! Und der Sieger, Sao! Egal, ich weiß aber jetzt, wie ich ihn besiege. Das ist ein unfederatter. Ey, ich schwör's dir, ich drück den Knopf, man, er reagiert nicht. Sam, du wirst dich schon freuen bei dem auf jeden Fall. Wenn du dann hier bist. Auseinander, Punkt für Bokuto. Fahrt fort. Zurück, Punkt für Sau. Weitermachen. Auseinander, Punkt für Bokuto. Weiter. Und der Sieger, Bokuto. Was, der Mist, Mist, Mistvieh, äh, Mistratte, Mistpapalate. Ihr kämpft sogar wie mein Sohn. Wenn ihr hier fertig seid, besucht mich an den Ostklippen. Wie du weißt, wie du dann eine Zahnbürste hast im Bad? Ist so ehrlich, ne? Eine passende Farbe für den Meister Bokuto. Bokuto, gut gekämpft. Ich wusste, ihr seid gut. Aber ein Sieg über Sau? Kein Wunder, dass Fune etwas in euch sah. Vergesst meine Belohnung nicht. Natürlich. Wohlverdient, Bokuto. Ich hoffe, er gibt mir einen Berg voll Seide, man. Dass ich die ganze Lüstung mal aufbessern kann. Das Turnier der Geheime Bucht haben wir auch abgeschlossen hier. Das verborgene Herz. Perfekt für jene, die versteckte Bewegung und geheime Absichten verbergen. Ich hab Seide gekriegt. Endlich mal. Ich nicken. Wir sind so verändern. Ich bin jetzt auf der Grunde. Als ich mit dem Kreuzschleuchten und geholfen. Ich bin jetzt auf dem nicht.